Oh Mann! Muss ich früher loslaufen? Ja, das ist riskant, weil ich weiß ja nicht, wann er die Hammer abwirft. Ach Gott, 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 Gott. Da wünscht man sich doch Safestates. Zum tausendsten Mal habe ich es schon erwähnt jetzt. Da kann man sich Safestates wünschen, aber man kriegt sie nicht. Aber der Pilz ist auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube, ich sollte mal versuchen... Oh Gott, ich bin jetzt erst mal in der Flamme gestorben. Ich glaube, ich sollte mal versuchen, den Pilz durchs erste Mal zu retten. Oder ich sollte gucken, ob es danach noch einen Pilz gibt. Was ich mir nicht vorstellen kann. Als wenn die Macher des Spiels so großzügig wären. Und danach noch einen Pilz hinsetzen würden. Mal ganz ehrlich, niemals. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche mal versuchen, mit dem einen Pilz auszukommen. Oh, was veranstalte ich denn jetzt schon wieder? Mann! Ach Gott, 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 Gott. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Gibt's nicht. Dass ich hier wieder so verkack... Naja, gut. Ich kam jetzt in dem einen Part hier schon wesentlich weiter als... ...in dem davor. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Part ist. Nachdem, wie ich schneide. Das sind jetzt gerade 13 Minuten noch. Was es wäre theoretisch noch ein Part. Aber ich weiß ja nicht, wie ich's rendern werde. Das weiß ich ja immer erst nachher. So wie's mir grad passt. Wo man gerade guten Cuts machen kann. Oder, äh... Wo man grad die Zeit gut aufteilen kann. Vom Gesamten. So, wenn ich 48 Minuten hab, dann mach ich ja wohl nicht 3,15er und 3er Part, sondern 4,12er. Das ist ja wohl klar. Also so handhabe ich das zumindest. Jetzt merkt man ja auch, dass ich da, äh... ...bei solchen Sachen nie nach jedem Part, äh... ...Hallo, Tschüss sage, sondern, ähm... ...das immer... ...zu Beginn und zum Ende eines großen Komplexes ist. Darum, ja... Gut, das hat man sich sicherlich schon gemerkt. Wenn man das hier sieht, ich glaub, das ist jetzt der... ...sechste Komplex. Für Lost Levels. Wenn wir mal ein Stündchen aufnehmen, also, ne? Irgendwie so. Ja, keine Ahnung, im Spiel... ...an anderen Spielen, zum Beispiel bei Zelda oder Fable, da kann ich... ...gut und gerne zwei Stunden am Stück aufnehmen. Aber hier bei dem... ...da geht das... ...nur eine Stunde gut und danach reicht's mir echt. Ja, vor allem, wenn ich sowas wieder sehe. Ich labere echt zu viel wieder. Also, ich kann mich... ...ich konstrufe mich wieder auf and gott andere Sachen als auf Spielen. Das darf nicht sein. Ich bin mal nicht multitaskendfähig. Ich bin ja keine Frau. Ha, ha, ha. Ja, okay, das ist so ein Vorurteil, das wohl nicht stimmen soll, also... ...naja... Ich bin mal ehrlich so. Genauso wie es Frauen, die nur eine Sache gleichzeitig machen können, gibt's Männer, die mehrere Sachen gleichzeitig können, also... ...pfff... ...dat ist da vollkommen... ...aus der Luft gegriffen. Nur vielleicht, weil's bei der Mehrheit... ...der weiblichen Bevölkerung... ...der Fall ist. Angeblich. Ob das so ist, weiß ich auch nicht. Ich hab keine Studie darüber geführt. Und das hab ich auch nicht vor. Boah, auf was für Themen ich da schon wieder komme, ne? Ist ja unglaublich. Das ist alles nur, weil ich Lost Levels spiele. Gott! Wie krank! Äh, ich warte, bis der Cooper da vorbei ist. Genauso. Okay. Jetzt... ...wieder hier... ...und dann sind wir bei Bowser gleich schon wieder. Weil die Stelle hier krieg ich ja locker hin. Wenn ich nicht da ins Lava falle. Was hoffentlich nicht der Fall ist. Ja gut, ich stehe ja jetzt schon, aber... ...totzdem. Ich glaub, es ist ja was. Ja gut, es war schon mal der Fall, ich weiß. Gibt's eigentlich noch einen Pilz irgendwo? Das find ich jetzt richtig cool. Hm, ich glaub nicht. Muss ich somit leben. Also soll ich versuchen, hier jetzt mit dem Pilz durchzukommen? Weil dann bin ich am Ende sicher. Ah, Luigi ist zu groß, um runter durchzugehen. Okay. Das, äh... ...macht die Sache noch etwas schwerer. Ja, da muss ich klein durchkommen. Jawoll! Ey, das ging jetzt richtig einfach. Ist durch? Ja, da ist Peach in ihrem Gefängnis. Ich glaub es nicht. Wir haben Lost Levels durchgespielt, glaub ich. Yay! Na, sowas, wenn Mario das seht, du heiliger... Nein, gibt's aber... ...ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Wie ist das? Äh... ...könnach, ein Krawall... In der Wohnung, ja, thank you, Luigi, the kingdom is safe, now try a more difficult quest. Noch schwerer? Wie? Äh, was soll das heißen? Ich mach mal safe, continue. 9, 1? Es geht noch weiter. Och nee, Leute. Ich wollte mir jetzt nicht erzählen, dass es noch weiter geht. Oh, es hat mich so gefreut, dass es vorbei sein könnte, aber es geht noch weiter. Oh, ich dachte, ich wäre durch. Fuck. Okay, dann schwimmen wir halt eine Runde hier durch. Das ist noch recht einfach. Noch. Ich glaub, durch Lakitu wird das Ganze schon etwas anders. Also, solange ich einfach drüber schwimmen kann, ist es ja gut. Was spätestens jetzt nicht mehr so einfach wird. Irgendwann hab ich den Pilz da von der Videosequenz. Okay. Oh, ein Unterwasserziel. Das hat auch was, okay. Okay, 9, 1 geschafft. Oh, warum geht das noch weiter, ey? Das ist doch nicht wahr. Ich dachte, ich wäre durch gewesen. Ah, leckt mich doch alle. Okay, 9, 2. Noch mehr Wasser. Meine Fresse. Oh. Da hab ich jetzt vergessen, äh, zu schwimmen. Also, vorkommen. Komm, was soll's. Nochmal. Also nicht nochmal in den Abgrund, ne? Hier so, durch. Boah, das ist wirklich, was hier reingegangen ist. Ha, okay. Der... Stachy ist... ...da auf der Röhre stehen geblieben. Wenn ich hier oben rüberschwimmen kann, dann ist es ja ganz einfach. Was? Die Piranha-Pflanze hat keinen Kopf mehr, wenn sie rüberguckt. Interessant. War's das schon wieder? In der Tat. Also, das waren jetzt zwei nicht sehr lange Level. Und auch nicht schwer. Das hätte ich mir nach 8, 4 mehr erwartet. Vor allem, weil es ja hieß, a more difficult quest. Was ja wohl bekanntlich eine noch schwerere Aufgabe bedeutet. Bowser-Level 3? Bitte? Das geht nie ab. Das Level ist komisch. Ah, na okay. Komisch. Bowser soll ein Level 9, 3 sein? Hm. Ja, aber merkt gleich, ich laufe ein bisschen vorsichtig gerade. Also bin ich gerade gelaufen. Aber ich bin mir nicht sicher hier bei dem Level gerade irgendwie. Da geht eine Ranke hoch. Soll ich die nehmen? Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Wozu, Menka, komme ich hier hin? Ähm, okay. Ähm, okay. Das Level ist sehr komisch. Finde ich. Bowser. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie richtig angstvollen Level gehabt, aber... Ich weiß nicht, was war das? Das war seltsam. Und 9, 4 sind normales Wasserlevel. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Tut mir leid, ich verstehe die Welt gerade nicht mehr in dem Spiel. Irgendwas ist verdammt komisch. Aber ich kann nicht erklären, was. Soll es was heißen? Es soll garantiert irgendwas heißen, aber ich weiß nicht, was. Das ist wieder ein Ziel. Hä? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich dachte, nach 8, 4 wäre es zu ändern. Jetzt kommt so ein Scheiß hier. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt...